Talent Yusuf Kabada unterschreibt Vertrag beim FC Bayern und wird direkt verliehen. München, der FC Bayern München hat Yusuf Kabada mit einem Profi-Vertrag ausgestattet. Punkt der 19 Jahre alte Stürmer hat bis zum Sommer 2025 beim Rekordmeister unterschrieben. Wird allerdings zunächst erst einmal verliehen. Der gebürtige Münchner ist ein Eigengewächs des Klubs und spielt bereits seit der U9 für den Verein. Nein! Yusuf ist schnell und abschlussstark, lobte Jochen Sauer, 50, Direktor Nachwuchsentwicklung, den Youngster, der durch eine Laie zum FC Schalke 04 seine ersten Schritte im Profi-Fußball machen soll. Die Laie zum Zweitligisten endet nach dieser Saison und somit im kommenden Sommer. Dann dürfte neu überlegt werden, wie es für Kabada sportlich entsprechend weitergehen wird. Dann, laut Sky-Informationen sollen sich die Knappen eine Kaufoption gesichert haben. In der vergangenen Spielzeit stand der Rechtsfuß, der auf der linken Außenbahn seine Stärken zur Geltung bringt. In 20 Partien der Regionalliga Bayern auf dem Feld, erzielte in diesen neuen Treffer und konnte zudem auch zwei Tore seiner Mannschaftskollegen vorbereiten. FC Bayern verleiht Nachwuchstalent Yusuf Kabada will beim FC Schalke 04 sportlich überzeugen. In Gelsenkirchen will Kabada nun unbedingt den so wichtigen nächsten Schritt machen, ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung hier auf Schalke. Die Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen sehr gut aufgezeigt, wie ich zu einer erfolgreichen Saison beitragen kann. Jetzt möchte ich gemeinsam mit dem Team für das Erreichen unserer Ziele kämpfen. Wir freuen uns, dass sich unsere beständigen Bemühungen um Yusuf ausgezahlt haben und wir seinen Wunsch, zu uns zu wechseln, umsetzen konnten. Als talentierter Junioren-Nationalspieler passt er mit seinen fußballerischen Qualitäten und seiner Einstellung perfekt zu unserer Philosophie. Erklärte es 04 Sportdirektor André Höchelmann, 38